Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Ostriff und wir haben immer mehr Familien, die hier ein bisschen am Existenzminimum rumkrebsen. Die verlieren Kohle ohne Ende und die können ihre ganzen Steuern auch nicht mehr bezahlen und so weiter. Das ist alles blöd. Ich habe jetzt mal die Haussteuer ein bisschen herabgesetzt, damit hier unsere Einwohner auch ein bisschen sich verbessern können. Wir haben sehr viele Geringverdiener, also über die Hälfte verdient, hat weniger als 20 Zwergtaler sozusagen als Hauskapital. Das ist ja ein bisschen schwierig. Ich hoffe, die werden sich jetzt langsam anpassen und dass die hier auch ein bisschen aus ihrem Miesen rauskommen, weil das ist ja echt blöd. Du kannst die Leute ja nicht für nichts arbeiten lassen. Wir werden auch die allgemeinen Gehälter ein bisschen anheben, damit auch die Leute ein bisschen besser verdienen. Ich hoffe, dann geht da auch ein bisschen mehr. Wir haben letzte Folge herausgefunden, dass die Fruchtfolge wohl relativ entscheidend ist, was du auf dem Felder noch anbauen kannst. Und in dem Fall momentan ist es wohl so, dass wir eigentlich im Prinzip gar nichts anbauen dürften. Die Familie kommt wieder ein bisschen an Geld ran. Die hat es fast geschafft. Okay, das fällt. Ah, zu früh gefreut, meine Lieben. Ausdrift funktioniert gerade nicht mehr. Ähm, ja, ich schneide die Folge mal zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, mein Lieben, da bin ich wieder. Weiter geht's. Ja, die Folge war ein bisschen, ein bisschen confused auch. Ähm, ja. Kurz mal orientieren. Alles klar. Also, wir haben hier drei Felder drauf gehabt. Eins ist not ready. Das heißt, hier kommt noch ein viertes auf jeden Fall dazu. Es sind alles sehr, sehr große Felder, aber die sind auch okay. Die können auch erstmal brauchen. Wir setzen hier mal ein bisschen die Leute zurück. Aber es sollen ruhig weniger Leute arbeiten, damit wir einfach mehr freie Kräfte haben. Und dann brauchen wir noch mal ein paar Häuschen, habe ich so im Gefühl. Nicht so. Warte mal. So vielleicht. Weil mehr Leute, die arbeiten und kaufen natürlich auch einen. Und die sind wichtig für uns. Weil ich glaube, es mangelt uns gerade an Leuten, die Einkäufe an unseren Marktständen tätigen können. Da fehlt es nämlich ein bisschen. Weil wir verkaufen, wir haben ja sehr viel zu verkaufen, aber es kauft halt keiner. Und es ist halt keiner dafür ready. Sozusagen. Jetzt gucken wir mal schnell, damit wir unsere eigenen Kosten ein bisschen in den Griff bekommen. Tetch zum Beispiel haben wir relativ viel. Könnte man natürlich auch hier oben noch viel, viel mehr einlagern lassen. Lassen wir mal so 20 Tetch hier oben einlagern. Da hat der nämlich unten was zu tun. Fisch. Machen wir mal 5 einlagern. Und hier unten könnte man mal ein bisschen was frei machen. Da haben wir nämlich auf jeden Fall Fischer am Start. Gucken wir mal, ob die gefunden werden. Ja, wird schon ein dritter da. So, Taylor. Nachdem wir auch sehr wenig Hemph hier haben, brauchen wir auch nicht noch mehr Taylor. Machen wir lieber einen weniger. Dafür gibt es hier einen mehr. Hier haben wir schon zwei. Da stellen wir auch noch mal einen ein. Und dann sollte das nämlich ein bisschen Ticken besser laufen. Und dann lassen wir diese 5 Milliarden Arbeitsaufträge erstmal runterlaufen. Was fehlt hier eigentlich? Nichts. Da wird einfach nur Freiarbeiter angefragt. Die sind alle hier oben beschäftigt und die arbeiten auch tatsächlich. Also das funktioniert schon. Die Geschwindigkeit, in der wir Häuser auch in Auftrag gegeben haben, war halt einfach zu hoch. Deswegen lasse ich jetzt alles das, was jetzt gerade fertig oder was jetzt gerade im Laufen ist, wird jetzt erstmal laufen gelassen. Mein größtes, meine größte Angst ist quasi, dass wir hier, dass wir hier noch ein bisschen mehr arbeiten müssen. Jetzt gucken wir mal schnell. Hier verdoppeln wir das mal. Wood können wir auch mal ein bisschen mehr drauf geben. Potatoes ist klar. Wheat ist klar. Sunflower Oil machen wir zwei. Und Heu können wir auch mal handeln. Mal gucken, vielleicht geht ja was. Okay, unser Geld nähert sich dem Dreihunderten. Das ist wenig. Sehr wenig. Ich gucke mal, ob die Fruchtfolge jetzt hier hinhaut. Ob das jetzt nächstes Mal funktioniert. Wenn, dann sollte ja, wie gesagt, Hemp ist natürlich, also, Weed sozusagen. Quatsch, anders, wo bin ich denn gerade? Hanfanbau ist natürlich so eine Sache. Das kannst du laufen lassen, weil das läuft nämlich auch relativ von alleine. Und das braucht eben nur diese blaue Nutrition, was auch immer das darstellen sollte. Ich weiß es wirklich nicht. Und das ist aber kein Problem. Davon haben wir normalerweise immer zu viel auf den Feldern, weil wir jetzt lange Zeit immer das selber angebaut haben, ist der Boden halt leer. Und da kommt halt nicht viel ran. Jetzt ist natürlich der Vorteil, wir haben hier sehr, sehr viel aus den letzten Wochen und Monaten eingelagert. Und es kommt ja trotzdem noch ein bisschen was, auch wenn die Saison vorbei ist. Und wird hier untergebracht. Jetzt müssen wir bloß gucken, dass unsere Bauaufträge trotzdem abgefrühstückt werden. Und das passiert auch gerade. So, wird auch noch was gemacht. Dann könnte man theoretisch auch in die Tierzucht gehen. Die hätte ich aber dann eher irgendwie in den Wald hier rein geschraubt. Mal gucken. Sollte ja gleich fertig sein. Da ist es. So. Und dann können wir nämlich hier sagen, wir wollen ein Tiergehege bauen. Das würde ich gerne hier hinsetzen. Und ich hätte gerne irgendwas wie Chicken oder sowas. Ach, eins für eins quasi. Okay, verstehe. Setzen wir mal einen Arbeiter ein. So, jetzt gucken wir mal schnell, wie schaut es jetzt hier aus. Open Vacancies 64. Offene Vakanzen. Das heißt, offene Stellen, die wir ausgeschrieben haben, sind 66 Stellen offen. Das ist schon hart, oder? Oder verstehe ich das jetzt falsch? Wollen wir mal ein bisschen den Blick behalten. Und hier ist schon wieder eine Family leer. Okay, sie ist unbeschäftigt und er arbeitet beim Fischerdoc. Das ist natürlich das Problem, dass wir keinen Hanf gerade vorrätig haben. Ist jetzt sie beschäftigt? Ja, sie ist beschäftigt. Super. Dann verdienen die nämlich auch deutlich mehr Geld. Können wir mal hier ein bisschen einstellen. Zum einen, weil dann auch mehr Textilien natürlich hergestellt werden. Was natürlich für uns wiederum gut ist, weil dadurch natürlich hoffentlich auch was geht. Aber irgendwie funktioniert hier gerade was nicht, ne? Okay, die arbeiten jetzt alle im Weberladen. Das heißt, das ist ganz cool eigentlich. Arbeiten die auch? Going to work. Working. Taking rest. Okay. Weil da müsste ja eigentlich, müsste da ja Textil rauskommen, da müsste sie umfallen, ne? Haben wir noch irgendwo Hanf rumliegen? Ne, ne? Ist gar nichts mehr da. Könnt man hier nochmal Hanf anbauen. Aber bis wir dieses Problem lösen können, also das ist wirklich ein großes Ding. Können wir wieder Weed anbauen. Frisches Getreide. Bin ich mal echt gespannt. Das ist ja jetzt, das ist ja schon eine harte Nummer jetzt auch für uns. Und bei euch ist es ja nicht anders im Prinzip. Die sind alle not ready. Aber jetzt ist Winter. Das ist schon mal eine gute Sache, weil dann könnte hier sein, dass auch mal was geht. Oder aber, wir machen folgendes. Wir entlassen jetzt mal gerade alle. Machen hier mal ein bisschen Tabula Rasa. Wir entlassen jetzt mal gerade alle. Weil wir brauchen gerade, ähm, ein bisschen mehr Platz. Jetzt verdienen wir nämlich auch ein bisschen Geld noch. Oder auch nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie entwickelt sich das ökonomisch gesünd. Weil wir müssen ja unsere Ausgaben dadurch auch ein bisschen senken. Messenger's Balance. Okay, wir geben halt einfach an Gehalt aus. Viel zu viel. Wir senken jetzt mal die Marktpreise wieder auf 100 runter. Das sollte ja auch eigentlich was funktionieren. Jetzt sollte normalerweise auch mehr in der Lage sein, was zu kaufen. Also es sollte ja was gehen. Gucken wir mal unsere Problemfamilien hier. Die können nämlich jetzt auch mit wenig Geld auch wieder ein bisschen was einkaufen. Ah, ihr seht schon, da wird auch eingekauft. Und das sollte vielleicht auch wieder unsere Einnahmen hochtreiben. Gucken wir mal schnell. Ja, schaut gut aus. Es nähert sich auf jeden Fall einem positiven Wert. Ne, doch nicht. Gucken wir mal, ob wir unter die minus 80 kommen. Wenn das so ist, dann könnten wir im nächsten Jahr natürlich plus machen. Weil hier schaut es nämlich auch gar nicht mal so schlecht aus. Wir scheinen noch im Dezember auf jeden Fall besser zu werden. Okay. Das geht natürlich auch nur so lange, wie unsere Marktstände natürlich in der Lage sind, irgendwas anzubieten. Ist ja logisch. Und Textilien werden ja, glaube ich, gar nicht verkauft, oder? Ne, haben wir gar keine. Warum nicht? Die wirken alle, aber das bringt halt nichts, ne? Schmeißen wir auch raus. Und die haben zu wenig Hand. Ja, das ist ein Problem. Wir brauchen jetzt richtiger Anbau. Wir brauchen eine richtige Ansaat jetzt auch, weil sonst kommen wir hier einfach nicht voran. Das ist einfach so ein Problem gerade. Wir brauchen im Frühjahr brauchen wir eine richtige Ansaat. Und jetzt müssen wir hier auch anfangen, wirklich, gerade auch sowas wie Not-Ready-Felder müssen wir echt fertig kriegen. Not-Ready-Felder müssen halt weg, ne? Jetzt machen wir die auch alle mal leer. Hier arbeiten zwei, die können wir auch verkleinern. Ich glaube, die haben nämlich alle, die haben nämlich alle einfach keinen Platz. Wie schaut es hier aus? Wieviel haben wir denn da? 1,7. Also wir haben schon sehr viel von dem Zeug. Taking rest. Okay. Den machen wir auch frei. Wie gesagt, was wir gerade nicht brauchen, wird alles leer gemacht. Und wenn wir es brauchen, können wir ja einstellen. Das ist ja nicht das Thema. Aber ich muss die freien Stellen, muss sie mal wegdonnern, weil ansonsten haben wir echt ein Problem. So, hier ist keiner beschäftigt. Hier sind zwei beschäftigt. Das soll auch dauerhaft so bleiben. Einer. Null. Müssen wir früher dran denken, dass wir da Leute einstellen wollten. Null. Alle raus. So. Gucken wir mal schnell, wie schaut es bei euch aus? Schaut gut aus, ne? Schmachten. Ja, die rutschen wieder ab. Die rutschen wieder ab. Was denn? Out of food. Ach, die haben kein Geld. Okay, pass auf. Wir müssen in die ökonomische Lage unserer Bevölkerung etwas investieren. Wir setzen die Steuern runter. Das Einkommen wird erhöht. Und wir hoffen einfach, dass jetzt diese Bevölkerungsteile, die jetzt schon rumkrebsen, dass die dadurch, dass alles ein bisschen weniger kostet, ein bisschen mehr Geld haben, damit die sich was zu Beißen leisten können. Feuerholz haben sie sich gerade eingekauft. Wir verlieren natürlich durch so eine Handlung normalerweise Geld. Jetzt lassen wir mal gucken, wie schaut es hier bei uns aus? Wir kriegen definitiv weniger Einnahmen rein. Das heißt, wir könnten natürlich folgendes tun. Wir könnten natürlich jetzt hergehen und sagen, haben wir noch irgendjemand irgendwo Kontakte? Nein, haben wir nicht. Nein, haben wir nicht. Sonst hätte ich jetzt irgendwas verkaufen können, weil wir sind ja nicht arm. Wir haben relativ viel auf Vorrat auch. Wie viel haben wir da noch eingelagert? Nix mehr, ne? Ne, wir haben gar nichts mehr eingelagert. Das ist jetzt schlecht. Pass auf, dann gehen wir erstmal fünfmal davon wieder an den Markt zurück. Dann müssen wir das einfach an den Markt zurückgeben. Das hat halt einfach keinen Wert an, auch in dem Sinn. Weil, was willst du machen, ne? Arbeitslos und Construction als freier Arbeiter. Die verlieren natürlich weiterhin Geld. Es kann natürlich auch sein, dass das echt ein Problem jetzt dauerhaft wird. Aber die bauen auch gerade völlig konfus, ne? Stalled. Nails, okay. Das ist ein Argument. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Wir bauen jetzt, müssen natürlich den Schmied wieder aktivieren, wenn wir halt einfach keine Nägel haben. So, hört sich jetzt so an, als ob das Spiel gerade keinen Ton hat. Wird sich wahrscheinlich ändern, sobald das Frühjahr anbricht. Weil, hört ihr? Ton ist da. Das habe ich schon mal gehabt. Das wird in dem Moment dann tatsächlich sofort besser, in dem Moment, wo das Frühjahr losgeht. Und das ist jetzt. So, wir stellen jetzt hier mal ein paar ein. So. Und sobald Nägel nämlich wieder kommen, können nämlich auch hier wieder welche gebaut werden, also kann wieder gebaut werden. Also das alles, dann bedingt sich alles. Ja, und die sind gleich wieder, die werden gleich angefragt. Und dann geht es nämlich gleich damit wieder auf die Reise. Hier wird angebaut, und das ist wichtig. Hier entstehen wieder neue Möglichkeiten. Ja, ich hoffe, das reicht dann auch zum Versorgen von uns allen. Weil wir haben ja ein Problem, oder was heißt Problem? Wir haben ja ein kleines Dilemma. Unsere kleine Gemeinde ist ja nicht klein. Unsere kleine Gemeinde ist leider sehr groß geworden. Oder was heißt leider, glücklicherweise. Wenn du jetzt mal guckst, wenn wir hier so mal quer drüber fliegen, aus dem Neubaugebiet hier hinten und dann hier vor, ist schon mittlerweile aus diesem bisschen, was wir vorher mit ein paar Zelten hatten, ist schon was ganz schön Großes entstanden. Und dass ich da wirklich jetzt nicht auf die Felder geachtet habe, das ist einfach nur dämlich gewesen. Das war einfach nur dumm. Da hätte ich viel, viel früher drauf kommen müssen. Jetzt haben wir natürlich wenig Felder, die Getreide abwerfen, was natürlich generell für uns in den Mühlen wiederum ein Problem darstellt. Weil da werden wir jetzt nicht viele Leute für brauchen. Jetzt gucken wir mal schnell, wie viele Nägel haben wir aktuell. Nicht viele. Also es reicht gerade mal so zum Grundversorgen. Die schauen mal unsere Bevölkerung aus. Die verdienen auch ganz gut Geld eigentlich. Jetzt machen wir mal folgendes. Wir haben ja die Einnahmen, Einkünfte haben wir ja schon angehoben. Wir setzen mal die Village House Rants, setzen wir mal hoch. Und setzen das mal hoch. Und die Marktpreise setzen wir mal runter. Machen wir jetzt mal völlig wahnsinnig. Ich will, dass das Zeug, was auf dem Markt liegt, auch verkauft wird. Dass die Leute sich billig eindecken können und gut verdienen. Und die verdienen nämlich gut. Das heißt, es sollte jetzt jeder in der Lage sein, hier auf dem Marktplatz auch mal sich mit frischen Lebensmitteln einzudecken. Das tun sie auch. Schauen wir, mit dem bisschen, was sie haben, haben sie sich so Sonnenblumenöl gekauft, ein paar Kartoffeln, ein bisschen Mehl, Wasser hauptsächlich haben sie sich geholt. Also die sollten jetzt eigentlich ganz gut arbeiten. Jetzt gucken wir mal schnell, ob diese blaue Schicht hier hinten, ob die verschwindet. Weiß ich noch nicht. Aber es scheint besser zu werden vom Housing her. Normalerweise müssten ja die Marktstände auch jetzt gut dabei sein. Ah, wir haben eins noch nicht. Am Fishing-Doc wird gerade massiv eingestellt. Es wird Fisch besorgt ohne Ende, weil wir haben nämlich ja eigentlich einen Engpass an Nahrungsmitteln. Weiß nur niemand. Und Tetch sollte man eigentlich auch noch haben. Ja, aber nicht mehr viel. Habe ich aber jetzt gerade mich darum gekümmert. Da sollte Tetch jetzt gleich wieder anfangen. Wird auch. Okay, supi. Da machen wir mal Weed drauf. Mal gucken. Ich wechsel jetzt mal die Fruchtfolge ein bisschen. Und da kommen dann Potatoes drüber. Versuchen wir mal Sunflower. Ein paar Blümchen, Mensch. Ein paar Blümchen. Da machen wir dann Hemd drauf. Und dann eine Wiese. Und dann wieder Weed. Potatoes. Wiese. Probieren wir es mal in dem Fall so. Müssen wir uns dann in Ruhe angucken. Ich muss halt hier irgendwie schauen, dass wir die Erträge hochbekommen. Das wäre halt so ein wünschenswertes Ding, was wir aber erst in der nächsten Folge uns anschauen, meine Lieben. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Habt eine tolle Zeit. Lasst es sich gut gehen. Euer Zwerg auf Zwergtube. Ciao. 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 Vielen Dank.